Musik Das Schwimmbad in der Murmke öffnet wieder seine Pforten. Am Dienstag, 22. März, geht es um 10 Uhr unter dem Ferienmotto Spiel, Spaß, Sport wieder los. Vorausgegangen waren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen von rund 40.000 Euro. Seit Januar war das Bad geschlossen. Die höhenverstellbaren Stempel des Hubbodens mussten ausgetauscht werden. Zum ersten Mal seit der Eröffnung des Bades. Zu den festgelegten Öffnungszeiten bietet die Stadt Balwe in den Osterferien in der kommenden Woche vom 22. März bis 24. März zusätzliche Öffnungszeiten. Musik